Demokrasie ist Herrschaft vom Volk. Das gehört vom griechischen Demos. Demos heißt Volk. Noch ein berühmter Red von Abraham Lincoln, das war ein von den ersten US-Präsidenten, der in Sklafreie aufgeschafft hat, heißt das, so wie er sagt, wirklich die Regierung vom Volk für die Volk und durch die Volk als Definition von der Demokratie. Das heißt also, die Volk regiert sich selber, die Volk als den Souverän, durch die Volkes Souveränität als einen Ausdruck für die Demokratie. Dabei stellen sich natürlich ein paar Fragen, z.B. wen gehört zum Volk an wen nicht, z.B. wen gehört zu Lützebücht-Wahlrecht an wen nicht. An welcher Form kann sich selber regieren direkt, an dem es selber direkt ganz völlig über Gesetze aufstimmt, oder indirekt an dem es sich Vertreter wählt, die dann über Gesetze bestimmen. Also ein liberaler Regime, also ein Regime, wo es eine Reihe von Freiheiten an Grundrechten gibt, wie z.B. Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Religionsfreiheit. Verkürzt wird auch oft gesagt, dass als ein Rechtsstaat, ein liberaler Regime als ein Rechtsstaat, aber auch da stellen sich vorhin, welche Rechte sind das genau, wen bestimmt sie, für wen gillen sie, und für wen nicht. Eine nicht-liberale Demokratie, Demokratie, gibt also bedeuten, volle Souveränität ja, weil Demokratie, aber Grundrechte nein, weil illiberal, nicht-liberal. Also eine Demokratie, ohne die Grundrechte, das gilt für Empfang und bedeuten, volle, weil Demokratie ist volle Souveränität, gibt dann auf irgendeinem Weg, seine eigenen Rechte aufbauen oder verhindern. und das ist kaum vereinbar mit dem Grundgedanken, den man normalerweise mit dem Begriff von der Demokratie verbannen. Ja, wohl auch nicht. Weil, das gibt schon Heischen, dass es zwar, wie der Begriff liberale Zettangreife, Grundrechte oder Freiheit, gibt ihnen die Garantie, aber nicht, wenn man nicht viel zu sagen hat, wenn es keine Demokratie wäre, im eigentlichen Sinn von Wut. Das heißt, Demokratie, manchmal, beruht auf zwei Seilen, Grundrechte an Volkssouveränität, an denen zwei Seilen gerisselt werden. Das heißt, einerseits können Grundrechte vorgestellt gehen, am Sinn von illiberal, und andererseits kann völlig Souveränität an der Gröfe gehen, am Sinn von nicht mehr wirklich demokratisch. und demokratisch.